Okay, weiter geht's. In dem Dungeon, Krokopatras erhabenen Herausforderung. Okay, da war ich ja schon mal drin. Und da gab's den Helm, ne? Kann sein, hab ich nicht bekommen. Hab' Schul bekommen. Du Opfer. Ey, ich wirst gleich wieder gekickt hier. Halt, stopp, ich brauch'n Christmas. Kann ich die mit Abweiser zuspämmen? Oder lieber... Ehrlich gesagt nicht probiert, musst du es jetzt. Ich würd' ja lieber tot... Nicht Pro Abis. Hab' ich nicht. Soll ich nicht kaufen gehen? Ich hab' aber kein... Ich hab' Meister Amulett ist tot. Aber hab' ich nicht hier. Warte mal. Oder ich hol' schnell Todesamu. Soll' ich ihm holen? Dann mach' ich ihn jetzt. Bleib mal stehen. Okay. Ich hol' dann eben. Ich mach' eben Stopp. Okay, halblich erledigt. Bin nicht hier rausgekommen und nicht mehr rein. Moment. Ich muss stopp. Stopp, 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 stopp. Der Sturm braucht ja ne extra Einladung. Klingeln gingen, ja. Außer, dass die mal betört. Naja, aber wir haben das auch immer so geschafft. Da wussten wir nicht, dass die betört. Jawohl, was? Oh, muss ich noch was einpacken? Sturmabweiser pack' ich lieber eins. Alles, was die macht, ist Katalas eigentlich. Mach' die keine, ähm... Mach' die keinen Leuchtkäfer? Hab' sie bei uns einmal gemacht. Ich pack' lieber, ich lass' zwei dran. Freunde der Sonne. Okay, los geht's. Ist schon wieder zu spät. Enter. Der gutet mir eh zu viele Pips. Eli läuft immer so zögerlich. Der macht das extra. Ja. Ich weiß. Eli hat sich den Puh mit dir. Oh, jetzt hab' ich die falsche Klinge gemacht. Tu mir leid, Patrick. Nee, das zeig' ich dir nicht. Ach, ich hab' täuschend vergessen. Hab' ich keine. Obwohl die macht ja sowieso immer, ähm, Opfern oder Ermächtigen oder was das war, ne? Mhm. Ihre Gehilfen. Aber sie macht doch ab und an Juju. Pack' man auch eben ein. Ach, ja. Gute Idee. Ich wollt' grad auch einpacken, aber ich bin ja schon im Kampf. Dinosaurier. Ach ja, seins findest du jetzt toll, ne? Du warst ja auch böse zu mir. Woll' nicht rum, Prinzessin. Du bist gemein. Pappenschalten. Du bist gemein. Pappenschalten. Äh, 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 äh. Schu-Tschu. Schu-Tschu. Auf mich. Da kommt noch eins. Steht hier. Ja, ne? Alte Deko-Truppe, du. Was ist rot, hat keine Arme und schwimmt im Wasser. Wie nochmal? Was rot ist, keine Arme hat und schwimmt im Wasser. Elias. Ein Backstein. Jetzt kommt Elli. Was ist gelb und wenn man es ins Auge bekommt, ist man tot. Eine Biene. Ein Taxi. Elli, du hattest letztens auch noch so'n cooles Ding. Wieso das mit Wanderine? Wofür haben Frauen am Essen amt? Was ist grün und steht auf, äh, 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 ne, ich lach lieber. Wofür haben Frauen am Essen amt? Gar nicht. Er hat's mir per Privatnachricht geschrieben. Möchte ich nicht aussprechen. Von einem Tiger. Elias hat er geschrieben. Gar nicht. Doch. Elias, ich hab'n Screen. Die lüht. Ich hab'n Video. Ja, dann lügst du dich grad selber an. Arschi. Ich schneid's raus und schreib da was anderes rein. Elias hat den Screen, aber... Du schuldest mir ein Goldprisma, du Monster. Ich hoffe, Elli bekommt jetzt einen Schattenpip. Ja, mach'n sich platt. Mach'n sich platt. Mach'n sich platt. Ja, 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 erwärm' dich, wenn wir von der Lippenstiftante sterben. Ich hoffe, die gibt mir jetzt auch mal was. Ich hab' immer Pech, ne? Ich hab' bei Z's Pech, ich hab' immer Pech. Hey, jeder, wie er's verdient. Hallo? 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 Oh. Ähm. 49, du Schnellrechner. Mein Papa ruft grade an, warte mal. Steuerfrei. Ich kann da jetzt eh nicht drangehen. So. Ich hab' dir jetzt mal regeklickt. Ich hab' dir jetzt mal regeklickt. Elias, kannst du hauen? Nein, kann der nicht. Hast du ein Täuschen? Nö. Ich hab' aber ne Klinge für dich. Hast du eine Klinge? Ja, dann mach. Äh, ich weiß nicht, hab' ich dir 540er gemacht vorhin? Ja. Ne, 35er war das. Ja. Sollte sie nicht blocken, ist sie eh hin. Beton, ich doch sollte sie nicht. Musste sie eigentlich hin dran. Siebenmal sieben, ja? Was ist daran Sand? Jetzt seh' ich das erst, weil es ist... Elias. Wenn mal siebenmal siebenmal sieben tot. Ach, dann siebt man Sand. Tut mir leid. Elias. Elias! So, hier ist Bels und Elias X leben. Hallo? Du wolltest mich nicht immer begrüßen, ich telefoniere mit dir, ja? Ihr seid richtig frech. Und gibt nur richtig Ärger. Ja. Ne, ne, ne. Du hast vorhin gesagt, Eli unter dir auch. Naja, du auch jetzt. Nö. Da spiel ich nicht mit. Ja, werd ich auch. Sie werden uns überrollen. Rabunza, sie wird kommen. Eli, der Rest gehört dir. Hä, die blockt nicht. Eli, der Rest gehört nicht dir. Ups. Okay, ich mach auf. Attacke! Ähm. Ähm. Ah! Oh! Ich hab ein Schlüsselchen Beweglichkeit und ein Ultraschnappkarte. Was ist dat denn? Ich hab so ne Robe, die ist bisschen wie Jade, hat mehr Blocke. Ja, ich auch. 43 Block, 18 Resi. Aber Resi ist doof. Abheben und abgehen. Kommt ein Turmschild als Karte. Ja. Das hab ich auch. Find ich aber doof. Vor allem, ich kann's nicht mal tauschen. Mal aussehen. Mal gucken, wie der aussieht. Mal gucken, wie der aussieht. Die ist aber hässlich. Und was ist da jetzt anders? Ähm. Du hast weniger, ne, mehr Leben, weniger Superclips, weniger Zielen, weniger Schaden, Eingrippen und ein Resi mehr. Nö, dann lass lieber die mal. Also voll drauf. Guck. Und die da hier, guck mal. Die ist aber irgendwie komisch. Hm. Die ist irgendwie für alle, ne? Hm. Aber voll schlecht. Ah, und das war die coole hier, wo ich dir gesagt hab von Zeus. Guck mal, hier. Oha. Irgendwie saukrass. Oh, die gibt's sogar dunkle Nova. Die ist cool. Okay. Weiter geht's. Ähm. Ich sag auch wieder tschüss. Du auch? Tschüss. Ich sag auch wieder tschüss. Ja, ich mach daraus vier Videos, ne? Ähm. Was kommt jetzt für ein Gegner? Zeus. Okay. Dann kommt das nächste Video mit Zeus. Bis zum nächsten Mal. Dann kommt das Video. Das ist es der erste Video. Das Video. Und dann ist es der Video. Vielen Dank.